Das ist der Wallabot. Er erkennt Rohre, Leitungen und Holz- oder Metallträger in Gipskarton und Betonwänden. Setzen Sie den Wallabot auf Ihr Smartphone. Der Wallabot sendet Signale aus und empfängt deren Reflektionen, die dann in für Sie nützliche Informationen übersetzt werden. Nun habe ich die Wand gescannt und kann sehen, wo sich meine Träger befinden. Nämlich hier, hier und hier. Ich sehe, dass es hier ein Kabel oder ein Rohr gibt. Und? Siehe da, der Wallabot hat einen Träger gefunden. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt können Sie Nägel einschlagen und Löcher bohren und wissen dabei genau, was hinter Ihrer Wand ist.